Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stunnergaming und heute spielen wir mal wieder wie ihr hier seht ihr noch eine Lübe schon weiss ich aber glaub bloß nicht, dass ich dich mit ich will nur sogar 7 Stunden trennen ich würde 1000 Kilometer auf mich nehmen bitte beachten Sie, die westliche Promenade ist momentan gesperrt wir hoffen Sie, Ihnen schon bald wieder zugänglich machen zu können ich muss ja jetzt erstmal irgendwo hinlaufen da ist hier nicht dieses Dingstier drin dieses Wasser irgendwas Ding ich glaube, ja dürfen wir da rein? unsere Tickets gelten für den ganzen Park kommst du da durch? erst mal den Menschkaufen hier so eh Oh, der war der. Ihr Kinder habt ja nichts verloren! Aber wo ihr schon mal hier seid, habt ihr eine Idee wie man das Teil hier zusammensetzen kann? Klar. Habt ihr? Ihr habt dem alten Bernie gerade den Hintern gerettet. Junge. Klasse, das sieht echt gut aus! Weiter so! Ja, genau so muss es sein! Danke! Meine Damen und Herren, Jungs und Mädels, darf ich vorstellen? Der größte Dingsschäde der Kreidezeit, der Parizephalosaurus! Ach ja, stimmt. Die will ich hier denn heißen. Bis zu 25 Zentimeter-Ding, der beste Rambocker der Natur. Vorausgesetzt man ignoriert wuchtige Baumstämme. Wollen wir mal sehen, ob er es mit diesen massiven Steinssäulen aufnehmen kann? Nein! Er hat sie zu Kiesel verarbeitet? Nein! Sie mögen sich jetzt den Kopf reiben, aber keine Sorge! Dank seinem dicken Schädenfilter freut ihr gar nichts zu spielen. In der Welt bringt der Parizephalosaurus manchmal Revierkämpfe mit Artgenossen aus. So. Jo. Die westliche Promenade wurde wieder eröffnet. Denken Sie daran, Eiscreme ist Futter für Menschen, nicht für Dinosaurier. Die Gyrosphären. Wir können mit den Gyrosphären fahren. Okay, weiter geht's. Jetzt müssen wir wieder... Warum müssen wir nicht mal so weit laufen? Tja, Tigger. Hier haben wir sehr viel Bock drauf. Warum rennen die hier alle? Hier ist das nicht. Let's go, let's go. Vielen Dank fürs Warten, während wir aufgeräumt haben. Einen schönen Tag noch. Besuchen Sie doch mal den Triceratops Streichelzoo, direkt neben der östlichen Promenade. Wenn Sie die großen Dinosaurier... Die redet einfach, obwohl sie tot ist. Das nächste Mal, wenn Lyle Urlaub hat, kannst du allein für ihn übernehmen. T-Rex. Oh nö, wir reden jetzt zum T-Rex. Wie die wohl den T-Rex füttern? Weiß nicht. Vielleicht wie bei dem riesigen Wassersaurier und dem Hai. Kann man den kaufen? Nö. Ich dachte, man kann den kaufen. Jetzt bin ich fertig. Eine zu früh abgebogen. Wir gehen doch nicht zum T-Rex. Wer hätte es gedacht? Mann. Warum dauert das denn so ewig? Ah, wir sind da. Endlich. Ich bin da. Ja, moin. Wo muss ich hin? Es tut mir leid, Leute. Ein Techniker ist schon auf dem Weg. Hoffe ich. Die werden mich schon an meinem ersten Tag feuern. Das Gleis für die Gyrus-Fersteine. Die werden kaputt und niemand repariert es. Hätte ich doch bloß Rasen mähen, als ihr habt es geschafft. Die werden mich doch nicht feuern. Zumindest nicht hierfür. Aber ich schulde euch was. Alles klar, Leute. Das Fahrgeschäft wurde wieder eröffnet. Das wurde aber auch Zeit. Nö. Gute Neuigkeiten, Emma. Sollte nicht mehr lange dauern. Du wirst nicht nochmal Angst kriegen, oder? Nein, sowas. Den Beschwerdebrief schreibe ich. Genieß die Fahrt. Und ja, bloß nicht den Zierräter her. Okay, so. Muss ich erstmal kurz was gucken. Was müssen wir jetzt hier machen? Ah, hier. Hey, ihr habt mir geholfen. Also werde ich euch ein großes Geheimnis verraten. Es gibt ja diese besonderen Druckplatten. Wenn ihr eure Gyrus-Ferre darauf parkt, habt ihr Zugriff auf Abkürzungen durch den Park. Ziemlich schick, was? Hey? Hey, ich bin's. Es gibt auch noch Druckplatten, die eure Gyrus-Ferre in die Luft schleudern, wenn ihr darauf fahrt. Wie erwähnt, das ist ein Geheimnis. Also sagt niemandem, dass ihr es von mir wisst. Sekunde, überwachen die eigentlich den Funk? Das tun wir, Marty. Äh, äh. No hablo espanol. Hier, was ist mit dem falsch? Okay, so. Wo müssen wir jetzt hin? Äh. Oh, klar. Hier müssen wir hin, okay. Den kriegen wir so nicht kaputt. Nein, der hat uns festgefahren. Ach, wir können ja auch raus. Was ist ich denn? Was machen? Gehen wir da rein? Wir brauchen hier ne Banane. Für was auch immer. Wer will ne Banane? Okay, irgendein... 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 Das Tier will ne Banane. Keine Ahnung. Wir sollen aber irgendwas anderes machen. Nehmen wir mal dieses Ding hier. Ah, und jetzt soll ich die Gegend haufen, oder was? Wir brauchen hier einfach mal kurz was rein. Mit Mr. DNS macht Lernen wirklich Spaß. Dinosaurier gab es in verschiedenen Formen, okay? Alter, aufs Gelände. Sie sagten, wir sollen zurückkehren. Siehst du, bitte schön. In nächster Nähe zu vier... ...Plymosauris. Ein Plymosauris. Wir sollten gerade hier sein. Und da sind fünf Saurier. Und ein T-Rex. Los, los! Los, los, los! Geh ihm aus dem Weg! Ah, human. Das ist ein Plymer. Ich glaube nicht, dass wir hier langfahren dürfen, Zack. Hast du das gesehen? Holt Hilfe! Der hat auf den Knöpfen... ...und holt Hilfe! Ich hoffe, der macht sich dann zum Bahnhofspot, Alter. Ich habe mich über dein geschoben, der Arme. Ich muss mich aufs Bahn konzentrieren. Bam, 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 bam. Wo ist der hin? Hin? Ist der weg? Nein! Halt auf die Bremse! Halt auf die Bremse! Oh, 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 oh! Na, die schützen ja alles. Alles okay? Ich komme hier nicht mehr raus. Wir sollten dem Onkylosaurus helfen. Vielleicht besiegt er den anderen. Du bist der Dino-Experte. Meine CF-Experte ist mal kurz alles in dem Ding hier kaputt. Da oben ist ein Beendnis. Ich weiß, was zu tun ist. Zack, komm mit der Gyrosphäre da rauf! Fahr weiter! Hey, es funktioniert! Ja! Komm schon! Fertig! Hey, pass auf den Baum auf! Kümmer! Was zur Hölle? Ich glaube, dein Kahn geht auf. Was können wir sonst noch tun? Die Tür. Au! Au! So. 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 Seid vorsichtig, Grey! Nein! Oh, er ist wiederum überfallen. Nochmal! Nein! Oh. Okay, so. So. Wink, zink, 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 zink. Hat ihn einfach offen geboxt. Mit der Gyrosphäre komme ich nie über diesen Baum. Ich baue dir eine Rampe. Ich muss ihm nochmal helfen. Pass bloß auf dich auf. So. Okay, so. Rampolin? Aber hier unten ist auch irgendwas zum Brauen, glaube ich, ein Wiener, naja. Geh, nicht da drauf. Nein, nicht da drauf. Und weg, ihr Sack. Geh, los, lasst uns rein. Figer. Okay, so, was müssen wir jetzt? Ja, 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 ja. Achso, damit wir da wieder hochkommen. Ah ja. Ja. Machen wir das mal, ne? Okay, so. Oh. Oh. Human. Zack, das ist für die Gyrosphäre. Ich komme schon. Oh. Ist die Gyrosphäre beschädigt? Nein. Sie funktioniert doch. Wir haben den Anpulosaurus am 20. Okay, okay. Okay. War das jetzt nur? Der muss jetzt einfach nur hier hoch. Achso. So. Dann bauen wir mal hier wieder irgendwas. Warte mal. Wir müssen dieses Auto nehmen, glaube ich. auch rein. Wir müssen das mal unbedingt so hoch. Und, also, ja. Und so. Wie. Wie ist das? 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 Knock out. Ich fahre schon! Er kann sich tarnen, oder? Aber im Gehege sind Infrarot-Kameras. Dazu müsste es seine Wärmesignatur geändert haben. Kein Tier kann sowas. Ach ja, das hier schon. Es war bestimmt irgendein technischer Defekt. Tech? Haben Sie denn nicht aufgepasst? Diese Kratzer waren eine Ablenkung. Wir sollten denken, sie sei entkommen. Ich werde alles im Norden des Parks schließen. Das Eindämmsteam soll Ihnen diskret einfangen. Die Existenz dieses Parks hängt davon ab, dass wir mit solchen Vorfällen umgehen können. Reden Sie ein ernstes Wort mit Ihrem Laborteam. Dieses Ding da draußen ist kein Dinosaurier. Sarah? Du musst die Jungs sofort zurück ins Hotel bringen. Halt halt. Ich kann nicht langsam. Sie sind was? Ich brauche Hilfe. Meine Netten sind da unten im Tal. Ja, Leute. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like-N-A-U-B-U-N-Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord vorbei, der ist unten in der Video schon verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ab dem Traum auf den Tag. Haut rein, also euer Sandow. Ciao. Ciao. Auch wenn du es gerade sieben Stunden trenn, ich würde tausend Kilometer auf mich nehmen. Durch die Tiefsee würde ich tauchen und den höchsten Berger klemmen. Würde Marathon laufen, nur um heute Nacht in deinen Armen zu pennen. Oh, 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 oh. In deinen Armen zu pennen. Oh, 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 oh. Durch die Tiefsee würde ich tauchen und den höchsten Berger klemmen. Würde Marathon laufen, nur um heute Nacht in deinen Armen zu pennen.